Hallo Marco Bond. Zuerst einmal eine ganz herzliche Gratulation zur Hochzeit. Vielen Dank. Was soll ich sagen? So viele Freunde haben gesagt, tu es nicht. Aber es gibt Fehler, die muss man einfach machen und ausprobieren und ich glaube, wir sind ein gutes Team und wir haben da, glaube ich, lange drüber nachgedacht und letztendlich hat Herz vor Kopf entschieden und ja, was soll ich sagen? Seit vier Tagen verheiratet, ich fühle mich noch wie vorher, alles in Ordnung. Also ich muss sagen, ich kenne ja deine Frau von einem Besuch bei dir und einen Fehler kann ich da überhaupt keinen drinnen sehen. Aber das ist ja nicht der Grund, warum wir miteinander sprechen, sondern weil bei dir am 20. Mai etwas ganz Tolles stattfindet, wo wir auch als Medienpartner damit unterwegs sind. Du hast wieder mal ein ganz großes Spezialitäten-Testing und da würde ich dich bitten, dass du uns mal ein bisschen was davon erzählst. Ja, also ich habe ein besonderes Spezialitäten-Testing, ist vielleicht sogar ein bisschen groß gegriffen. Ich stelle die Räumlichkeiten zur Verfügung und freue mich unglaublich, dass das bei uns ein Whiskyhaus stattfinden wird. Der ein oder andere oder dem ein oder anderen von euch wird der Name So Kinder singen etwas sagen. Für alle die, denen das nichts sagt, ich würde behaupten, es ist der leidenschaftvollste Sammler, den ich aus Großbritannien kenne. Die Eltern haben mit dem klassischen Weinhandel angefangen und er und sein Bruder haben irgendwann, sind sie quasi in dieses Business mit eingestiegen, haben irgendwann das elterliche Geschäft gemeinschaftlich veräußert. Und aus dieser Veräußerung heraus ist meines Wissens nach der größte Online-Markt Großbritanniens entstanden, nämlich die Whisky-Exchange. Und wer da schon mal war, wer das schon mal gesehen hat, auch was die alleine schon für Eigenabfüllungen bekommen. Also Flaschen, wo der arme kleine Marco aus Deutschland nur von träumen kann. Das ist ein ganz großer Player in der Szene. Und darüber hinaus, würde ich behaupten, zeichnet ihn eine unglaubliche akribische Arbeit, eine unfassbar leidenschaftliche Sammelleidenschaft und immer wieder die Lust auf Neues aus. Mittlerweile verbirgt sich hinter ihm, also es ist jetzt gerade ein Deal entstanden. Du weißt wahrscheinlich mehr als ich, meines Wissens nach hat der Whisky-Exchange verkauft. Ja, hat er. Wenn mich nicht alles täuscht, sogar an Diaggio. Nein, Diaggio war ein großer Konzern, ja. Ja, und dahinter, so munkelt man, vermutet man, war unter anderem der Deal, pass auf, wenn du uns das verkaufst, kriegst du von uns eine Brennerei. Nicht vielleicht direkt im Zug, aber wir wissen, dass er Tomo gekauft hat. Ja. Wir wissen, dass er Bestrebungen hat, ein Visitor Center für Tomo auch zu errichten, was in dem eigentlichen Gebäude wohl nicht mehr möglich ist. Also, das ist alles ein bisschen tricky. Aber hinter ihm stehen halt auch Marken wie Elements of Islay, die ganzen Port S-Cake-Abfüllungen, The Single Malt of Scotland, das ist alles, so Kinder singen. Und schon auch eine Destillerie of Islay selbst. Genau. Also, man sieht schon, der Mann weiß, was er tut und er ist akribisch und geht seinen Weg, gefühlt ohne Kratzer und Schramm weiter fort. Und ich selber muss gestehen, ich habe ihn in Live noch nie erlebt. Und das ist für mich persönlich das Highlight dieses Tastings. So Kinder wird zusammen mit Oliver Charlton, das ist im Grunde genommen so sein Fassmanager. Der, der das Fassmanagement macht, der guckt, welche Abfüllung in welcher Serie und welchen Whisky lassen wir wo drin nachreifen. Was muss noch liegen bleiben? Was kann abgefüllt werden? Also im Grunde genommen der Mann der Fässer und er selber werden bei uns vor Ort sein und werden eine, ich glaube, das darf man jetzt schon sagen, recht legendäre Abfüllserie präsentieren. Die ganze Serie wird heißen Macbeth und es wird insgesamt, ich meine, 43 Abfüllungen geben. Die Charaktere bei Macbeth müssten, nagel mich fest, entweder 42 oder 43 Protagonisten sein. Und wir werden die ersten neun Abfüllungen, die in dieser Serie auf den Markt kommen, bei dem Tasting präsentieren. Das fängt relativ unspektakulär an. Wir haben ein Blair Assault zehn Jahre dabei, wir haben ein Artmod zwölf Jahre dabei. Steigert sich dann aber relativ schnell auf Ben-Riach 31, auf Linkwood 31 und die alles entscheidende tragische Figur der, jetzt sage ich noch mal tragik, der Tragik-Geschichte Macbeth ist im Grunde genommen King Duncan. Und King Duncan wird auch das Highlight des Tasting-Abends sein. King Duncan wird repräsentiert oder tritt in Erscheinung in Form eines 56 Jahre alten Glen Guans aus dem Sherry-Cast mit 48,2 Volumenprozent. Und dann muss man sagen, hier sind wir auch preislich extrem abgehoben. Das Fläschchen wird später liegen. UVP bei Schlappen 10.900 Euro. Und den werden wir unter anderem aufmachen. Und Stand heute, wir sind fast ausgebucht, wir haben noch ein paar wenige Plätze. Es wird ein Vier-Gänge-Menü geben von unserem Willi, der uns seit zwei Jahren eigentlich bei jeder Veranstaltung becatert. Und wie du selber, nein, stimmt gar nicht, wie du noch nicht weißt. Doch, 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 doch. Ich war ja auch schon da, ja. Das Essen ist wirklich grandios, was der Willi auf dem Teller zaubert. Und dazu gibt es die neuen Whiskys. Und wir bieten zwei Varianten an, die 1CL-Variante und die 2CL-Variante. Bei 1CL liegst du bei 199 Euro, bei 2CL liegst du bei 379 Euro. Ja, damit ist nicht der schmale Geldbeutel das Ziel. Das wissen wir. Wir haben es tatsächlich aufs absolute Minimum runtergerechnet. Ich verdiene an dem Abend ungelogen keinen einzigen Cent. Es geht mir darum, ich will die Whiskys kennenlernen. Und vor allen Dingen, ich will es aus dem Mund des Meisters selbst hören. Also man muss ja sagen, der Preis ja. Aber wann hat man schon die Gelegenheit, einen 56-jährigen Klinkran, von denen man ohnehin weiß, dass die hervorragend altern zu verkosten. Noch dazu acht andere sehr schöne Whiskys und ein tolles Menü. Das kann ich nur unterschreiten. Also Vier-Sterne-Menü ist ein platter Ausdruck für das, was man dann wirklich geboten kann. Also Vier-Gänge-Menü sollte eigentlich Vier-Sterne. Ja, komm. Nein, aber wie gesagt, also die Whiskys sind das eine. Ich persönlich glaube, dass der Star des Abends ganz klar so Kindersing ist. Ja, das glaube ich auch. Weil das ist eine richtig interessante Persönlichkeit. Mir persönlich tut es leid, dass ich nicht dabei sein kann. Aber Whisky-Experts wird vor Ort sein. Und ja, ich schaue schon mit ein bisschen Neid auf das alles. Ja, dann Marco, dann wünsche ich euch viel Erfolg bei dieser Veranstaltung. Vielen, vielen Dank. Ja, hat mich gefreut, wieder mal mit dir zu sprechen. Hoffentlich dann auch bald wieder mal auf einer Messe persönlich und live. Ich würde vermuten, ich habe eine gute Chance, dich in Mülheim zu sehen. Ja, das hast du auf jeden Fall. Dann sehen wir uns spätestens in Mülheim. Also allem würde ich mal sagen, steht ja bei euch dann hoffentlich auch noch eine Auszeit- und eine Hochzeitsreise an, oder? Die Hochzeitsreise hättest du nicht erwähnen dürfen. Die habe ich genau mit diesem Tasting meiner Frau vernichtet. Michel rief mich an und sagte, wir haben die große Möglichkeit, wir können. Das ist eine Weltpremiere, willst du? Und dann habe ich natürlich ja gesagt und habe dann in meinen Kalender geguckt und habe gedacht, ach du Schande. Das ist genau das Wochenende in den zwei Wochen Flitterwochen, die wir machen wollten. Und dann bin ich ganz reumüdig zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, schade. Und jetzt werden wir, wenn wir denn flittern, werden wir das wohl in den September verlegen. Ich hoffe, dass Michel nicht wieder auf irgendeine dumme Idee kommt. Und also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dann drücke ich dir die Daumen, dass das klappt und wünsche dir alles Liebe. Danke, euch auch. Macht's gut. Ciao. Ciao.